Oh, Frau Adler, ich bewundere gerade, was Sie beide wenig in kürzester Zeit hier bewerkstelligt haben. Es ist in erster Linie Frau Barthes Projekt. Oh, bescheiden wie immer. Wie ich höre, greifen Ihre disziplinarischen Maßnahmen auf Station B bereits. Es entwickelt sich ganz gut. Frau Adlers neues Regelwerk wird sicher einen entscheidenden Beitrag zur Absicherung unserer Produktionsstätten leisten. Davon bin ich überzeugt. Deswegen habe ich Frau Adler ja zu Ihrer Unterstützung zurückgeholt.